im aber neue hallo und herzlich willkommen zu grünen similator wir müssen ein bisschen nachziehen wenn ihr es nicht mitbekommen hat red hat auch cooking simulator gespielt einiges normaler sehr slow wir spielen heute wir spielen heute shelter die beschreibung lassen wir einfach mal weg gehen da mal rein und schau mal was da hier so abgeht im shelter die lc ich habe übrigens auch das kug cool cookies und cakes die lc gekauft von daher können wir das dann auch mal noch spielen aber jetzt erst mal schelter bei den enden der 1980s die alte welt verabschiedet in der flasche nukleare explosionen die, die überlebten, wurden verabschiedet zu kämpfen für basierende ressourcen sukzessive generatoren der menschen und die überlebte aufgeregt wunderschönen die Waste landen du sprachst du kuchen du fahrgust aber auch danken von der die 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 besten Momenten in deinem Leben waren die Zeiten in deinem Sonnen. Ein Tag, während du aufhörst, du warst von Bandits verletzt. Du hast es geschafft, zurück zu deinem Camp, nur zu finden es looten und verletzten. Der einzige Zeichen von deinem Familie war eine Note in deinem Wifes Handwritten. Es hat einfach geschrieben, FIND US. Nach einer langen Reise, du endlich kamst zu Sektor 12. Eine gut gepopulatete Umgebung, nahe ein abandontes und langen Distanz-Satellite verletzt. Du hast eine kleine Umgebung mit einem gut gestoppten Kuchen. Ein guter Ort, um zu kochen und zu schlafen, während du versuchen, das Satellite-Disch wieder operativ zu bekommen. Ah, Spielerhandbuch. Hier, Tab. Okay, wir machen jetzt hier so ein Überlebenskünstler-Kebab. Okay. Dann machen wir Dosenfleisch, Alter. Mh, lecker. Okay, nehmen wir das Dosenfleisch. Ich fliege dem Spieß Dosenfleisch hinzu. Okay, das muss ich hier drüben hinpacken. Okay. Welchem Spieß? Das ist die Frage. Hier hinten leuchtet noch etwas Grün. Barbecue-Soße. Achso, die brauchen wir später dann. Okay. Okay. Also erstmal alles. Genau, hier drüben sehen wir es auch. Bringen das Kaktusöl. Genau. Wir erstmal alles hier holen. Ich hasse Öl in diesem Spiel. Es fällt mir immer zu Boden. Nimm den Spieß und füge das Dosenfleisch hinzu. Okay. Wo ist der Spieß? Ah, hier. Boah, Digga. Guter. Okay. Das sieht ein bisschen disgusting aus. Okay. Dann gründen wir das ganz kurz. 60 Sekunden. Scheiße, ich habe keinen Timer. Warte mal. Ich mache nur noch 50. Ich denke, das reicht. Rüfte. Ah, jetzt läuft es. Lecker. Ey, aber es sieht echt nice aus hier alles. Also wirklich so Bunkermäßig. Find us. Oh nein. Kann ich nicht... Oh. Ich wollte ihn eigentlich wieder platzieren. Aber egal. Boah, Alter. Aber dieser Spieß sieht wirklich... Loll, er dreht sich von alleine. Okay, nice. Ja, schon ein bisschen disgusting. Was ist das hier? Eine Schüssel. Nehmen wir uns mal. Eins, null. So. Ausschalten. Achso. Ach, scheiße. Warte mal. Fresse. Okay, jetzt kommt hier Barbecue-Soße hier drüber, oder? Kann man das einfach hier drüber machen? Oh. Scheiße, die ist leer. Glaub, es hat nicht geklappt, oder? Achso, das hätte ich in der Schüssel machen müssen. Okay, warte nochmal. Scheiße, wo war die Barbecue-Soße? Oh nein. Vielleicht Kühlschrank auch. Pass er wieder zu. Hier. Okay, das schalten wir scheinbar auch alles nach und nach frei. Das ist dann mehr wirklich wie so ein, ähm, Spiele-Modus halt. Also... Wer ist die mit... Halt auch ein bisschen mit Story und so. So, dann kommt das hier. Und wenn die... Die ist super hier. Boah. Oh Gott. Ah, ich sollte nur ein paar Milliliter. Okay, nochmal. Ja, ich musste auch erst mal alles lernen, okay? Haha. So, jetzt kommt hier 10 Milliliter nur rein. Wow. Okay. So. In einer postapokalyptischen Welt, oder wie man das auch spricht, sollte man eigentlich sparen mit Ressourcen sein. Das ist mittlerweile die dritte Barbecue-Flasche, die ich benutze. Für eine Person. Na egal. Kann mal passieren. So. Und jetzt... Kommt das Ding... Hier rein. Aber... Wie... Wie machen wir das jetzt? Kann ich das Fleisch wegnehmen? Ähm... Wie macht man das jetzt? Wieso sind hier Scherben? Okay, wir kippen die Soße einfach, glaub ich, über das Fleisch. Ich glaub, das ist das am besten. So. Nein. Ach, Mann. So. So, das muss reichen. Hä, was? Das waren doch 30... Äh, 60 Sekunden. Okay, warte. Wir machen den nochmal kurz drauf. Der fertig ist. Ja, okay. Halte den Grin aus. Lege den Kebab auf den Teller. Oh, Kebab-Teller. Luxus, Bruder. Den Tresen. Okay, jetzt muss ich hier mit der Pipette... Der Mischung... Ach, scheiße. Die Mischung hätte ich jetzt gebraucht. nochmal, Leute. Das hätte mir ja auch jemandem vorher sagen können, Allah. Scheiße, wir haben kein Kaktusöl mehr. Und noch kein Mal mit die Soße. Ist hier irgendwas? Also... Ja, ähm... Ähm... Das hat halt natürlich dumm gelaufen. Kann ich hier vielleicht vom Tisch bisschen... bisschen... Aufsau... Aufsau... Scheiße, Leute. Ist halt auch nichts mehr drin. Oh, nein, Alter. Och, wir müssen... Wir müssen das jetzt... Restorten, Alter. Scheiße, Mann. Alter, was ist das? Ich bin auch so ein Amateur, Alter. Okay, wir konnten... Wir konnten das jetzt hier zum Glück ein bisschen zwischenspeichern. Dann wäre es nicht ganz so schlimm. Okay, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt ist ja easy. Ich muss sicher einfach mehr nach dem Tutorial gehen. Wow. Alter. Okay. Hm. Mischung. Noch ein Milliliter. Bring ich das hin? Okay, scheiße. Ein bisschen viel egal. Geht's weg hier. So. Wir sind hier noch auf dich warten. Aber das geht ja schnell. Okay, Grill ausschalten. Und den Kebab jetzt wieder auf den Teller legen. Ähm, warte. Sieht auch alles so disgusting aus, Alter. Jetzt brauchen wir hier die Pipette. Hä? Ich hab noch 10 Milliliter Barbecue-Sauce in den Schüssel gegeben. Och man, nochmal. Vielleicht würde es helfen, wenn ich die Sachen dann nicht immer wegwerfe, ne? Aber jetzt erstmal Barbecue-Sauce. Sonst geht das wieder nicht. Okay, ich schreib noch mal ganz zu. Okay, waren jetzt halt elf, aber das passt. Jetzt meckert er auch nicht mehr. Okay, jetzt noch 10 Milliliter von dem. Ach, scheiße. 9. 9 ist so dumm. Oh. Okay. Okay. So, jetzt Pipette. Kannst du nicht nochmal? Ah, okay. Okay. Jetzt hier drauf. Oh. Perfekt verteilt. Pipette. Ich hab doch die gefüllt. Achso, nochmal. 20 Milliliter. Ach, jetzt reicht das nicht. Och man. Bruder. Ach, jetzt muss ich nochmal holen. Ich hab wieder keinen mehr. Doch, Barbecue-Sauce hab ich noch. Wieso hab ich denn schon kein Kaktusöl mehr? Egal, keinen Sinn. Jetzt kann ich da nicht mal mehr ändern. Äh, mehr nehmen. Ach, komm, Alter. So, Mann, Leute. Jetzt mal ehrlich, Alter. Jetzt kommt das Ding hier auf den Grill. Jetzt machen wir nochmal... Wo ist jetzt die Teller hier? Machen wir erstmal nochmal 10 Milliliter Barbecue-Sauce ein. Noch ein bisschen. Okay, jetzt sind alles ein bisschen mehr, aber egal. Och, wieso werfe ich das schon wieder hin? 10 Milliliter. Zack. Vorsichtig. Okay, das Dosen hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir können ja aber schon mal für den Kebab-Spieß hier einen Kebab-Teller vorbereiten. Das Kebab-Teller. Oh, scheiße. Jetzt... Och nein, jetzt war ich nicht... Okay, ey. Noch nichts passiert. Das ist doch ein Kebab-Teller. Ey, aber jetzt... Och, scheiße. Jetzt ist der noch runtergefallen. Mein Gott. Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, einen scheiß Kebab-Spieß zu machen, Alter. So. Jetzt... Geh da hin. Verpiss dich. So, jetzt die Pipette. Hier. Zack. 5. 10. 15. 20. Das heißt, wir machen einmal... Wie kann ich denn ändern, wo das denn hin soll? Ach, geil, komm. Hä? Warte mal. Also, Hauptsache in unserem Gang hier liegt einfach ein Handy auf einem Möbel rum und geht einfach in einen Wecker. Und der ist einfach herrenlos am rumliegen. Oder damenlos. Keine Ahnung, Alter. Da. So, jetzt aber. Das... Stelle das Gericht zu servieren. Zur Seite. Okay. Alter, haben wir ein ganzes Restaurant, das wir bedienen müssen, Alter? Speichern. Okay. Ich finde das Rezept an. Grüne... Grüne Pilzsuppe. Boah. Okay, Leute. Das war's mit dem Antesten von diesem DLC Shelter. Also, Cooking Simulator Shelter. Oh, der muss hier auch sitzen. Sieht man ihn überhaupt? Ja. Bestimmt. Ähm. Da hinten ist auch noch einer. Aber den sehen wir, glaube ich, nicht. Egal. Auf jeden Fall. Das nächste Mal. Machen wir eine grüne Pilzsuppe. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet von diesem DLC. Würde mich sehr interessieren. Ich finde es eigentlich ganz nice. Aber... Naja. Bis auf das mit begrenzte Ressourcen hat. Das ist ein bisschen scheiße. Aber naja. Das war's mit diesem DLC. Beziehungsweise mit Cooking Simulator. Beziehungsweise mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zum Morgen. Nein, bis zum... Ich bin komplett durch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.